Hallo, mein Name ist Stefan Mayer. Der Verein Rückenwind fördert junge Menschen in schwierigen Lebenslagen. Mit unseren vielfältigen Bildungsangeboten wollen wir helfen, Kinder und Jugendliche auf ihr Leben vorzubereiten. Ich finde die Einrichtung eine tolle Sache, weil die Schüler die Möglichkeit haben, hier ihre Schulpflicht zu erfüllen, einen Abschluss zu machen. Hier kommen sie doch sehr regelmäßig an, dadurch, dass hier der Unterricht in Kleingruppen stattfindet. Ich bin Anfang dieses Jahres hergekommen, um nächstes Mal einen Schulabschluss zu schaffen. Es gibt hier sehr nette Leute, Lehrer, Schüler, alle total toll. Es gibt hier auch Freizeitangebote, so wie Kochen, Sport. Mit den 134.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir das alte Gebäude in Schöneweg sanieren und umbauen. Jetzt haben wir gute Voraussetzungen für qualifizierte Bildungsangebote. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Seeluft schnuppern und dabei mal so richtig die Seele baumeln lassen. Eine Erholungswoche für zwei Personen in der Aquamaris Strandresidenz Rügen gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 0218 523. Einen BMW 116i gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 8428 770. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 01 82 530. Einen BMW 316i Limousine gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 04 38 165. Und 100.000 Euro gewinnt das Losnummer mit den Endziffern 64 16 314. Herzlichen Glückwunsch und kurz vor der Tagesschau geht's weiter. Danke fürs Mitspielen!